Hallo, ich bin der Sven Zinsenling aus dem wunderschönen Hanau. Bin 49. Ich weiß, ich sehe junger aus, weil ich tue natürlich auch viel für mich. Meine Mama hat eine Beauty Farm. Ja, da kann man natürlich schöne Sachen kaufen und sich schön zurecht machen. Ja, ich, wie ihr merkt, bin ein lustiger Typ. Ich kann auch herrlich über mich selber lachen. Hab 18 Jahre im Ausland gelebt. Bin jetzt seit 6 Jahren wieder in Deutschland. Arbeit als Promoter, mach Veranstaltungen. Und natürlich, wenn ihr meinen Namen googelt, klar, ich arbeite auch als Kleindarsteller. Aber da stehe ich auch dazu. Was soll ich groß rumeiern? Hab auch schon in ein, zwei Singleshows mitgemacht. Zum Beispiel letztens für ein HR, 3-Zimmer-Küche-Date. Hat leider auch nicht geklappt, weil das Mädel einfach überhaupt nicht zu mir passte. Und bei der anderen Geschichte, leider hat das auch nicht geklappt. Ja, ich bin immer noch Single. Warum, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, die Frauen müssen noch gebacken werden. Ich habe keine Ahnung. Und sind wir ganz ehrlich, die meisten Frauen, die man kennenlernt, ich denke mal an die wunderschöne Werbung von der Sparkasse. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und ganz ehrlich, die meisten sind heutzutage so drauf. Und damit komme ich einfach nicht klar. Und das macht auch irgendwo keinen Spaß, mal so normal jemanden kennenzulernen. Tinder zu wischen. Oh, alles nicht meine Welt. Rausgehen, jemanden kennenlernen. Irgendwie denke ich immer, in welchem Film bin ich jetzt eigentlich? Ja, und deswegen versuche ich es weiter. Bei euch vielleicht, hey, finde ich die richtige Frau bei euch. Ja, was soll ich jetzt noch groß erzählen? Ihr merkt, wie ich bin. Ich bin lustig, ich bin direkt, ich bin ehrlich. Ich sage vor allem, was ich denke. Auch wenn das manchmal nicht so gewünscht ist. Weil viele mögen ja lieber dieses Arschgekrieche und dieses Hintenrum. Ja, der Typ bin ich halt leider nicht. Ich bin direkt und deutlich. Und wenn mir jemanden nicht gefällt, dann sage ich das auch. Und wenn ich jemanden geil finde, sage ich, hey, wow. Ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich würde mich mega freuen, von euch zu hören. Hier war der Seven aus Hanau. Ciao.